Halleschön Leute herzlich willkommen wieder bei Memember me und ja jetzt wir sind in Gefängnis wo wir anfangen wir rausgegangen und jetzt wir sind da reingegangen okay ich bin in Position los du bist echt die Superheldenschwester wirklich du musst in der Nähe vom Eingang zum Panoptikum im Hauptturm sein wo die Gedächtnisserver sind okay finde mit dem von Madame gestohlenen Gedächtnis den Weg dort rein also muss ich erstmal Entschuldigung Leute für das was ist passiert von Anfang bis jetzt Momenten das war wegen ein Programm solche Emblem oder sowas für Webcam sozusagen Werbung das wollte ich nicht machen das war ausweise ich habe nicht gewusst dass sowas werde kommen weil ich habe wurde das für YouNow hoch im hoch habe ich geladen aber irgendwie auf meinem Computer funktioniert nicht so gut wie es sollte sein und dadurch ist das ganze herausgegangen aus von Anfang an die Folge bis zu dieser Folge das war keine Absicht jetzt habe ich sozusagen Werbung ich glaube versuche das so auszublenden das zu machen ja aber machen wir doch äh was zu Kenkel ist das was ich komm äh komm 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 Äh, ok Ach, scheiße Ach so, warte, versuchen wir Zurück Ok Oh, yes Ach, du heilige Fakke Was ist jetzt passiert? Macht der Roboter uns zu verbinden, die alle Ziele am Boden angreifen und sich an die selbst zerstören Ok Ok Alter, es geht nur am Roboter Oh, schade Ich hab dritte Äh Geht nicht, anderen Egal Wuuu Oh, yes Muss ich warte, muss ich wieder abgeladen Gut Endlich Fertig Oder? Oh, noch mehr Warte Warte Fuuuut Shuuu Komm! Alter Spalter! Jetzt kann ich! Alter! Alter! Oh, das war! Komm! Gib mir Macht! Oh, yes! Sau mein... Sein Gedanken! Baby! Das geht rund! Ich hoffe jetzt langsam an das Ende! Oh, jetzt! Jetzt will ich die... Kling! So! So! Nennen hatte Hilfe von außen! Isoliert die Bastille vom Netzwerk! Hab ich bereits vor 10 Minuten! Das darf nie wieder passieren, Sergeant Vaughn! Dr. Quaid ist schuld! Dieser Blutsauger tut in seinem Labor was er will! Lasst Dr. Quaid da raus! Der Ruf der Bastille hat durch den Ausbruch schwer gelitten! Ja, Madame! Und gib mir August Dover auf einer sicheren Leitung! Ich habe Arbeit für sie! Okay! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Alter, was ist das denn scheiße! Die einzige, die hier mit Erinnerungen spielen darf, bin ich! Ich habe es geschafft! What the hell? Was ist jetzt los? Schon wieder habe ich was gelernt oder? Hä? What the fuck ist das? Was ist das? Das ist schon scheiße. Wow. Ah. Die abstand. So, jetzt kann ich ruhig angreifen. Seit wann ist deine Remini-Szene feindselig? Edge, hier geht etwas ganz komisches ab. Edge kann dir nicht helfen, Spatz. Das Spiel hat begonnen und ich bin dran. Oh oh. Ah, gut. Nellen, Nellen, meine unbändige kleine Spitzmaus. Du bist zurück? Ich bin geschmeichelt. Warum so aufgebracht, Schatz? Lassen wir die dummen Spielchen. Komm, ich warte. Okay. Das gefällt mir überhaupt nichts. Nicht. Nellen, hast du mich vermisst? Nicht schlecht. Eine eingeklinkte Remini-Szene. Wusstest doch, dass dir das gefällt. Ich will mein Gedächtnis zurück. Alles ist hier. Du brauchst nur zu schauen. Ihre Spielchen machen mir keine Angst, Madame. Bald, meine Kleine. Sehr bald. Hä, was war das denn für Scheiß? Äh, okay. Äh, lol. Ich habe ein neues Spiel. Ein besonderes Spiel. Nur für dich. Willst du eine Privatstunde? Dein Widerstand begeistert mich, Schatz. Komm! Diesmal solltest du für immer bleiben. Na, wie geht's dir? Ah, zu spät. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Komm. Ah, endlich brauche ich. Geh. Scheiße. Spielen wir noch einmal. Was ist jetzt los? Was mache ich jetzt? Oh, ja. Oh, ja. Genug davon. Du besiegst mich nicht. Ach, du schестig. Lauf, liefling. Lauf! O, juzgäste. Das schaffst du nicht! Ja, wie cool ist. D yeah, wie cool ist. Noch ein bisschen Zeit, noch ein bisschen Zeit brauche ich. Wow, ich muss ein bisschen Kumbo ändern. Aber was ich will jetzt machen... Achso, ich habe noch ein anderes Kumbo. Toll. Ich glaube, ich weiß nicht. Okay, es ist noch länger der Kumbo. Meine verdammte Scheiße. So. Was ich glaube, verwende die... Lüsch ich die komplett. Aber... Ah, Scheiße. Ich habe nur X. Den mache ich. Und das. Aber hier habe ich eine Y. Da machen wir Heilung, oder? Ja. Komm, wir machen wir Heilung. Und Y... Komm, Schaden. Nicht schlecht. X. X. Schön, aber hier fällt Y. Wieso Y fällt? Wie habe ich das gemacht? Wow. Schön, dich wieder zu sehen. Oh. Wow. Scheiße. Ah. Schaden zu sehen. Vielen Dank.